Ja, der Mitarbeiter fordert eine Gehaltserhöhung und du bist im ersten Moment mal komplett perplex. Du weißt nicht, was du machen sollst, findest du unverschämt. Und wir werden jetzt ein Video mal aufklären, wie du mit so einer Situation gut umgehen kannst, wie du dafür sorgen kannst, dass beide Seiten das bekommen, was sie wollen am Ende. Viel Spaß dabei. Ja, es ist besser, wir kommen wieder zum Video. Ich bin der Alex und der Marvin ist auch am Start. Jo, mal wieder. Und wir wollen jetzt heute mal gemeinsam schauen, was machst du, wenn der Mitarbeiter bei dir im Raum steht und sagt, Chef, ich habe das jetzt gesehen, da waren drei, vier Stellenanzeigen, die kriegen alle mehr als ich. Ich hätte gerne zwei Euro mehr die Stunde. Ja, zwei Euro mehr die Stunde sind, 300 Euro mehr im Monat. Wenn das jeder fordert, dann bist du relativ schnell bei Null, was den Gewinn angeht. Entsprechend solltest du dir da schon eine gute Option zurechtlegen. Und einfach nur zu sagen, nein, ist immer sehr unbefriedigend, weil wahrscheinlich hat es ja, es hat auf jeden Fall einen Grund, dass er es fragt. Entweder hat er selber finanziell ein Thema, meistens sind ja Ausgabenprobleme, keine Einnahmenprobleme, die die Leute haben. Nichtsdestotrotz, ihn einfach mit einem Nein gehen zu lassen, wird nicht dafür sorgen, dass er lange bleibt. Und sinnvoll ist hier immer halt zu schauen, okay, du bist ja bereit, eben auch mehr Geld zu zahlen. Das musst du dir halt einfach auch klar machen, unter welchen Bedingungen du bereit wärst. Und wenn er jetzt jeden Tag zwei Stunden mehr arbeiten würde, wärst du auch bereit dazu. Natürlich ist das arbeitsrechtlich alles irgendwann ein Thema. Aber wichtig ist, dass wenn er zwei Stunden produktiver ist oder in der Zeit, in der er hat, mehr Produktivität bringt, kannst du dir die 300 Euro ja auch locker leisten. Und hier ist es halt schön, wenn du den Mitarbeitern die Möglichkeit gibst, dieses Geld wirklich zu verdienen. Und zu sagen, okay, du, 300 Euro, alles klar. Dann meine erste Gegenfrage, was kriege ich denn dafür? Ja, ja gut, wenn ich dir mehr zahle, brauche ich auch ein bisschen mehr Leistung daraus. Ja, okay, dann hast du schon recht. Ich überlege mir mal was. Damit sind oftmals die Themen schon vom Tisch. Auf der anderen Seite gibt es dann die Leute, die es halt wirklich wollen. Die sagen dann, ja, okay. Also, ich würde dir dafür das und das und das geben. Also, keine Ahnung. Ich würde hier nochmal machen, da nochmal, da nochmal machen. Okay, ist das 300 Euro wert? Ja, wer ist mir jetzt wert? Okay, alles klar. Und dann kann man dann schauen, wie man das festhält. Du könntest dir als Chef halt auch überlegen, was würde dir denn helfen oder worüber wärst du denn froh? Oder wann würdest du denn mehr bereit sein, mehr zu geben? Was würde dich denn persönlich als Chef auch entlasten? Du könntest zum Beispiel sagen, ja, pass auf. Oder wenn dem Mitarbeiter selber nichts einfällt, dann könntest du auch sagen, du, pass auf. Wenn du dich dahin entwickelst und in der Lage bist, dann auch auf der Baustelle die Fragen zu beantworten, die ich normalerweise beantworte. Oder die Anrufe, die ich normalerweise bekomme, dass du die dann bekommst. Dann wäre ich auch bereit, dir das zu zahlen. Weil dann habe ich dir ein Stück weit mehr Verantwortung gegeben. Dann habe ich ein Stück weit mehr Freiraum, kann mich um andere Dinge mehr kümmern. Dann können wir sowas machen. Und dann kann man sozusagen zusammenschauen, wie kann man diese Person dahin entwickeln. Ob es jetzt um diese zwei Euro geht oder um mehr oder wie auch immer. oder um einen anderen Betrag ist jetzt mal dahingestellt. Es geht so ums Grundprinzip. Dann kann man eben zusammen halt gucken, wie kann diese Person dir vielleicht auch Dinge abnehmen. Vielleicht sogar Teile von deiner Zeit freikaufen, indem sie halt Verantwortungsbereiche übernimmt, die dich entlasten würden. Wo du auch super gerne dann bereit wärst. Also für viele Chefs ist das halt häufig auch irgendwie so eine lästige Frage. Aber im Endeffekt fragt der Mitarbeiter ja auch nach mehr Verantwortung oder nach mehr Aufgabenbereich. Und dann eben auch nach mehr Gehalt in dem Sinne. Aber das ist ja eben, ja, das kann man ja verhandeln, wie man da zusammenkommt. Also nur mehr Gehalt kannst du dann mit ihm verhandeln, dann auch da gegen mehr Verantwortung oder mehr Aufgabengebiet, was übernommen wird. Ja genau, weil es wird sicherlich Situationen geben, in denen du bereit bist, jemand diese drei oder fünf oder vielleicht sogar tausend Euro mehr zu bezahlen. Du musst für dich einfach nur klar haben, was sind das für Situationen. Du kannst ihm auch sagen, okay, habe ich gehört. Gib mir zwei Tage Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Und dann sprechen wir nochmal konkret darüber. Das heißt, du musst dann auch nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Du kannst ihn erst mal fragen, okay, was hast du dir vorgestellt? Also, was hast du dir vorgestellt, dafür zu machen? Und wenn dann halt nicht viel kommt, dann sagst du ihm, okay, lass noch Folgendes machen. Wir treffen uns in drei Tagen nochmal. Du machst dir Gedanken, was du bereit bist, für die 300 Euro mehr zu tun. Und ich mache mir Gedanken, was ich gerne von dir mehr hätte. Und dann werden wir sicherlich eine Lösung finden, wo man auch die 300 Euro irgendwie unterbringen kann, wenn die Leistung stimmt. Und dann hast du in keinem Fall einen Verlust, weil du hast faktisch gesehen mehr Leistung von dem Mitarbeiter. Er verdient noch mehr Geld, beide haben, was sie wollen. Und es passt einfach. Nur in diese Verhandlungen auch reinzugehen, ist auch absolut legitim. Und die meisten machen es aber nicht. Die sagen entweder direkt ja oder direkt nein. Und das ist aber, ja, für eine Seite immer scheiße. Gut, in dem Sinne, wenn du noch mehr Tipps zur Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung haben möchtest, gerne den Kanal abonnieren. Und auch einen Daumen nach oben geben natürlich dem Video, damit wir sehen, dass dir das Ganze gefällt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.